Ach, aber Chloe ist krass stark klar. Oh, mit einem superflicken Rennkuckuck-Anzug könnten wir die geheimnisvolle Exe in Liefen identifizieren und dann gleich aufbrechen. Vielleicht kann ich das Wanderfalten-Programm verändern und den Schwerpunkt aufs Laufen verlegen. Der Stirnlappen-Basilis hat ähnliche Beinarbeit, wobei ich die Schwimmhäute entfernen müsste. Bitte! Okay, einverstanden. Aber kein Wort zu Chloe. Ja, klar. Okay, es kann los, ihr Jungs. Oh, hallo, Chloe. Können wir noch fünf Minuten hier bleiben? Fünf Minuten? Ich habe euch doch schon eine halbe Stunde gegeben. Äh, die Sache ist...